Hi, ich bin Simi, 21 Jahre alt und ja genau vor drei Jahren eigentlich habe ich Ride Your Art gegründet mit der Mission, Bewegung im Alltag so easy und schön wie möglich zu gestalten. Das Ganze machen wir mit Balance Boards mit einem Holzdruck hinten drauf und einer magnetischen Wandhalterung. So kann man die Boards easy im Wohnzimmer aufhängen und immer dann nehmen, wann man sie braucht. Das Ganze ist einfach super gut für deinen Rücken und deine Core Stability und hat einen super positiven Effekt für deinen Körper. Natürlich macht es auch noch Spaß und genau diesen Spaß, diese Passion und Leidenschaft für den Sport möchte ich an so vielen Menschen wie möglich bringen. Also, lass uns gemeinsam mehr Bewegung in deinen Alltag bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.